Das Wesen daran ist, dass sich das Kommens oder das Gemeingut auf eine Gruppe bezieht. Für mich ist es auch ein wesentliches Element, dass es eine Gruppe von Leuten ist, die gleich ist, ohne Hierarchien zu entwickeln oder da zumindest präsent zu sein und die gemeinsam eine Ressource verwaltet, organisiert oder eine gemeinsame Entscheidung trifft, diese Ressource betreffen. Untertitelung des ZDF, 2020